Musik Ich gehe in die fünfte Klasse Meine Eltern streiken und schreien sich an Es geht viele Tage so Ich lenke meine kleine Schwester ab Meine Eltern wollen sich trennen Was nun sollte ich zu meiner Mutter? Ist das die richtige Wahl? Neue Freunde, neue Schule Werde ich dort welche finden? Meine Mutter bringt ihren neuen Freund nach Hause Ich mag Mamas Freund nicht Was will der hier? In der Schule finde ich keine Freunde Und werde zum Mobbing-Opfer Ich fühle mich jetzt unwohl in der Klasse Meine kleine Schwester findet Freunde Ich gehe zur Vertrauenslehrerin Und melde das Problem Doch das hilft alles nichts Sollte ich es meiner kleinen Schwester erzählen Oder meiner Mutter? Ich erzähle es meiner kleinen Schwester Und sie rät es, unserer Mutter zu erzählen Ich erzähle es also meiner Mutter Und wir beschließen zum Jahresende Werde ich dort wiedergemacht oder ausgegrenzt? Meine kleine Schwester gibt mir Mut Die neue Schule ist besser für mich Das hoffe ich sehr Das hoffe ich sehr Das hoffe ich sehr